Ich heisse Werner. Ich kann gut zu dieser Kampagne stehen, weil so sieht man ein bisschen auch hinter der Kulissen der Kirche. Ich finde es gut, dass die Kirche auch viel Licht ins Dunkel von Leuten bringt, die vielleicht mal benachteilig waren oder mal eine unangenehme Situation in Kauf nehmen mussten. Ich finde das einfach sehr positiv und es gibt viel Kraft für die Zukunft.